Meine Damen und Herren, Herr Prof. Dr. Fingedei, vielen Dank für Ihren Bericht, für Ihre Ausführungen. Was möchte die Fraktion der Kasse Linken Ihnen für die Arbeit an der Unikasse mitgeben? Sie sind in Ihrem Bericht eingegangen auf die Befristungsprogramm. Das ist ein Thema, das uns seit langer Zeit begleitet. Es hat an der Universität auch vor einiger Zeit sich eine Initiative gegründet, Unikasse Umbefristung, die seitdem sehr erfolgreich das Thema bearbeitet und auch über Kassel hinaus schon Nachahmung gefunden hat. Innerhalb der letzten sieben Monate gab es drei Personalversammlungen zum Thema Befristung. Das hatten Sie ja schon ausgeführt, auch dafür vielen Dank. Über 90% der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Universität Kassel in unbefristeten Weltverhältnissen arbeitet und ca. 15% des technisch-administrativen Bereichs. Es gab im Juni eine Podiumsdiskussion mit Stadtverordneten durch die Initiative durchgeführt im Juni in der Universität. Da war leider die Uni-Leitung nicht anwesend zu diesem Termin. Und das Thema wurde auch über diese Podiumsdiskussion, wo einige Fraktionen hier im Haus vertreten waren, auch in die Stadtöffentlichkeit gebrannt. Die Fraktion, unsere Fraktion der Kassel-Linke begrüßt, dass sich die Universitätsleitung zum Problem über starke Befristung von Arbeitsverträgen mittlerweile bekennt. Dies wird unter anderem deutlich durch einen Entwurf für eine Richtlinie, die die befristeten Verträge regeln soll und die, ich denke, in die Richtung geht, hat Prof. Dr. Kegel, die Sie schon angedeutet haben, in Bezug vor allem auf die LFBA-Kräfte, die Herr Kräfte für besondere Aufgaben. Es wird deutlich, dass die Uni-Leitung verstanden hat, dass da ein Problem besteht. Das begrüßen wir ausdrücklich. Am Mittwoch soll diese Richtlinie in dem Senat erneut vorgelegt werden. Diese Richtlinie, und da schließlich die Fraktion der Kasse Linken ja einschätzt und ja Initiative Uni Kasse ungefristet an, ist unzureichend. Sie ist weitgehend eine Festschreibung des Status Quo und wird von den Personalversammlungen der Universität Kassel daher abgelehnt. Auf der Juni-Sitzung gab es eine 93-prozentige Zustimmung zu einem Maßnahmenkatalog mit der Forderung einer Dienstvereinbarung zwischen Universitätsleitung und den Beschäftigten der Universität, um verbindlich, umfassend und überprüfbar unter Beteiligung der Personalvertretung zu einer gemeinsamen Vereinbarung zu kommen, zur Abschaffung oder zur massiven Eindämmung der Beschäftigungsverhältnisse im befristeten Bereich. Ich denke, die Notwendigkeit ist deutlich geworden. Die Auswirkungen fristlicher Beschäftigung sind vielfältig. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber sie hat häufig drastische familiäre, soziale und ökonomische Einschränkungen zufolge, teilweise sogar gesundheitliche Probleme durch Stress und Zukunftsängste. Man kann sich vorstellen, was das in einem Arbeitsbereich ja ohnehin höchste Konzentration erfordert und sehr arbeitsaufwendig ist, das will ich jetzt anderen Arbeitsverhältnissen nicht absprechen, aber hier natürlich auch, führt natürlich zu einer Unsicherheit. Und ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass es natürlich schwierige finanzielle und hochschulpolitische Rahmenbedingungen gibt, unter denen die Universität Personalentscheidungen zu treffen hat. Natürlich muss sich an der Stelle was ändern, da muss an dem Rating gefehlt werden. Die Universitäten müssen mit mehr finanziellen Mitteln, mit größeren finanziellen Aufwendungen ausgestattet werden, vor allem von Seiten des Landes, als dies bisher der Fall ist. Dennoch sind wir der Meinung, dass die auch von Ihnen angesprochenen Spielräume genutzt werden, aber nicht voll ausgenutzt werden, dass die Spielräume für die Entfristung größer sind, teilweise weit größer sind, als diese in Kassel zum Tragen kommen. Natürlich ist die massive Befristung ein Thema aller Hochschulen, aber Kassel ist auch im bundesweiten Vergleich hier eher ein Schlusslicht als ein Vorhalter. Wir sehen, meine Damen und Herren, Herr Professor Dr. Fink, da als Vertreterin und Vertreter der Stadtgesellschaft hier ein Potenzial, das wir ausnutzen müssen, dass wir auch für die Stadtgesellschaft die Universität als attraktiven Arbeitsplatz brauchen, die international führend ist, nicht nur im Bereich der Forschung, sondern auch im Bereich der Arbeitsbedingungen für Forschung und Lehre. Und wir möchten, dass die Universität hier von Schlusslicht zum Vorreiter wird und so für viele Kassel-Bürgerinnen und Bürger ein besseres eben zu ermöglichen. Dankeschön.